Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Millionen von winzigen Uranteilchen fliegen durch die Luft und die können jeden töten. In der 18. Woche ging ich zu einer Untersuchung und da sagten sie mir, dass eines der Zwillingsbabys stark deformiert wäre. An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen, im Vergleich zur natürlichen Strahlung. Heute sehe ich, dass das ein gut organisierter Krieg war, dreckig und heimtückisch. Und dass wir nur Spielfiguren waren, an denen man alles ausprobieren konnte. Oder man wollte etwas loswerden, wovon man zu viel hatte. Ich war nicht damit einverstanden, dass die Regierung der Vereinigten Staaten die Golfkriegsveteranen in Vergessenheit sterben lassen wollte. Und ich weiß, dass diese Bombardierung meinen Körper zerstört hat. So bekam ich Leukämie. Ich frage mich, ob die alliierten Truppen, die hier Massenvernichtungswaffen finden wollten, durch den Einsatz der Urangeschosse nicht selbst eine Massenvernichtungswaffe zum Einsatz gebracht haben. Wir konnten uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, wie das möglich sein kann, dass so weit ab der Kampfgebiete eine 3000-fach höhere Konzentration des Uran-236 gemessen wurde. My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In der Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Die meisten von der Ismail haben, die Sie sehen, wie Sie sehen, acht Jahre und fünf Jahre. Die meisten von Ismail haben. Hier. Sie sind die Bekommun. Sie sind die Dr. Almany. Sie sind die Bekommun. Sie sind die Bekommun. Sie wollen die Bekommun. Sie wollen die Bekommun. Die Prognose ist sehr schlecht. 80 Prozent sterben. Alles ist inzwischen verseucht durch den Uranstaub, der mit dem Wind übertragen wird. Die Luft, der Boden, das Essen. Alles ist kontaminiert. Das Kind hat eine Hautkrankheit und Fischaugen und Fischmund. Es wird sterben. Das sind alles schlechte Prognosen hier. Die Kinder leben alle nicht mehr lange. Und es fehlt eben an Therapie hier. Eine furchtbare Situation. Das bedrückt mich alles so, wenn ich das sehe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Die Welt. Musik Professor Siegward Horst-Günther auf dem Weg in den Irak. Begleitet wird der 79-Jährige von Ted Wayman, dem Vizedirektor des Medizinischen Uranforschungsinstituts in Toronto, Kanada. Musik Warum ich noch mal in Irak fahre, hat drei Gründe. Erstens bin ich Arzt, zweitens war ich über 40 Jahre in diesen Regionen tätig und drittens habe ich hier Geschosse gefunden, die uranhaltig sind und habe hier schwere Krankheitsbilder gefunden. Und jetzt fahre ich hin, um zu sehen, ob sich diese Krankheitsbilder nach dem neuen Golfkrieg erneuert haben. Ich bin hierher gekommen, weil ich von Menschen, die der Bombardierung ausgesetzt waren, Urinproben sammeln will. Ich möchte aber auch Boden- und Wasserproben nehmen und vielleicht auch Lungengewebe, um mögliche Verseuchung durch Uranmunition festzustellen. Hier haben wir nun ein Panzer gefunden, der mit depleted Uranium-Munition abgeschossen worden ist. Und zwar Einschläge hier am Turm und hier an der Seite. Und wenn wir das messen, dann liegt die Radioaktivität bei diesem Gerät weit im roten Bereich. Bei diesem Einschuss wird im Inneren des Panzers eine Temperatur von 1000 Grad Celsius freigesetzt, die Soldaten verglühen. Es wird Uranoxid freigesetzt und die Umwelt dadurch versorgt. Ted Wayman und der irakische Arzt Dr. Shaikli vermuten, dass das Gelände kontaminiert ist und wollen hier Sand- und Bodenproben nehmen. Wir brauchen etwa ein halbes Gramm für eine gute Laboranalyse. Und wir brauchen das Lab, um eine adäquate Lesung zu bekommen. Als wir vor zwei Tagen hier waren, haben Kinder Altmetall geholt. Und dieser Staub war 10, 15 Zentimeter dick und überall, wo Laster fuhren, stieg er in Staubwolken in die Luft. Und mein Geigerzählerwert hat sich verdreifacht und vervierfacht, seit wir das Gelände betreten haben. Seitdem sie hier arbeiten, haben sie da etwas an sich bemerkt? Ja, ich fühle etwas in meiner Brust. Ich kann nicht richtig tief atmen. Ich habe Beklemmungen. Aber Krankheiten, die von außen sichtbar sind, habe ich nicht. Es gibt aber Leute, die betroffen sind. Man weiß ja auch nicht, was hier alles an Giften heruntergekommen ist. Der Boden ist verseucht. Das ist natürlich gefährlich. Und an sich selbst? Haben Sie da etwas bemerkt? Dieser Staub hier geht in die Atemwege und ist gefährlich. Ich selbst habe keine schlimmen Krankheiten. Aber ich kenne einen Jungen, der hier arbeitet. Der kam vor drei Tagen zu mir und sagte, ich kann nicht mehr richtig atmen. Und er zitterte die ganze Zeit dabei. Die Amerikaner dort drüben sprengen ständig irgendetwas. Und wir kämpfen hier ums Überleben. Dabei weiß jeder, dass der Irak ein reiches Land ist und viel Öl hat. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir das Öl verbrennen müssen, um etwas Licht zu haben. Hört zu, was ich zu sagen habe. Der Irak hat sein Öl und seinen Reichtum immer gegen seine eigenen Kinder eingesetzt. Seht mich an, ich bin 60 Jahre und was bin ich? Nichts. Ich habe Angst. Nichts ist hier mehr sicher und ich habe nur einen Wunsch. Die neue Regierung und die Alliierten sollten sich Gedanken machen um unser Volk, das jetzt am Boden liegt. Wir Iraker haben nie gute und sichere Zeiten erlebt. Wir haben immer nur gelitten. Und doch ist unser Land so reich, aber unser Reichtum ist zu einem Fluch geworden. Wir sahen sie explodieren. Es hatte etwas Surreales. Es war wie Zeitlupe. Obwohl sie getroffen waren, gab es zwei, drei Sekunden Verzögerung und dann löste sich das Ganze in Luft auf. Die Geschosse drangen in die Panzer ein wie ein Messer durch Butter. In neun von zehn Fällen wird der Turm weggesprengt. Denn wenn ein Urangeschoss trifft, erzeugt es eine ungeheure Hitze. Und Millionen von winzigen Uranteilchen fliegen durch die Luft. Und das tötet jeden. Und weil das in einem geschlossenen Raum passiert, sprengt es den Turm weg und jeder da drin verbrennt. Urangeschosse enthalten sogenanntes abgereichertes Uran, englisch Depleted Uranium, kurz DU, ein Abfallprodukt der Atomindustrie. Der Atommüll ist radioaktiv, muss in speziellen Behältern gelagert und bewacht werden und das kostet Geld. Abgereichertes Uran entsteht, wenn man Kernbrennstoffe herstellen will. Dann muss man aus dem natürlichen Uran, das in dieser Form dafür nicht verwendet werden kann, angereichertes Uran herstellen. Und das geschieht im Prinzip wie in einer Zentrifuge, in einer Molkerei. Dort wird die normale Milch, die natürliche Milch in die Zentrifuge gebracht. Und auf der einen Seite entsteht der Rahm, aus dem man die Butter machen kann. Und auf der anderen Seite die Magermilch. Analog geschieht etwas mit dem Uran. Man bringt es auch in eine Zentrifuge. Und auf der einen Seite erhält man eine Fraktion, die angereichert ist, die man dann für Kernbrennstoffe verwenden kann. Und auf der anderen Seite hat man das abgereicherte Uran. Das heißt, das abgereicherte Uran ist ein Abfallprodukt. Und es gibt sehr intensive Überlegungen, wie man die inzwischen sehr großen Bestände an abgereichertem Uran, die auf der Welt vorhanden sind, das sind in der Größenordnung von einer Million Tonnen und werden täglich mehr, wie man dieses Uran sozusagen wieder entsorgen kann. Uran hat eine extrem hohe Dichte. Es ist fast doppelt so dicht wie Blei, das uns ja schon als sehr schweres Metall bekannt ist. Uran ist fast doppelt so dicht. Das heißt, wenn ein solcher Uranstab mit höchster Wucht auf eine Panzerung trifft, dann dringt er durch diese Panzerung hindurch fast wie durch Butter. Und bei diesem Prozess verdampft noch ein Teil dieses Materials. Und im Innern des Fahrzeugs entzündet sich dieses Material und führt dann zusätzlich dazu, dass etwa Personen im Fahrzeug getötet werden. Dieser doppelte Effekt, diese hohe Durchdringungsfähigkeit und diese Fähigkeit teilweise zu verbrennen, die macht diese Munition bei den Militärs so beliebst. Hier lebt die Golfkriegs-Veteranin Jenny Moore mit ihrer Familie. Im Prinzip habe ich im Munitionsdepot gearbeitet. Wenn wir die Geschosse bekamen, habe ich sie scharf gemacht für den Einsatz. Dann kamen sie wieder auf die Paletten und dorthin, wo die Geschosse gebraucht wurden. Und wenn die Panzer kamen, konnten sie aufmunitioniert werden und in die Schlacht fahren. Nach dem Krieg wurde Jenny Moore mit Zwillingsbabys schwanger. In der 18. Woche ging ich zu einer Untersuchung und da sagten sie mir, dass eines der Zwillingsbabys stark deformiert wäre. Der Professor in London fragte mich, wollen sie mir nicht sagen, was für Drogen sie genommen haben? Dann wüssten wir, wie sie ihr Baby vergiftet haben. Können sie sich vorstellen, wie sie sich fühlen, wenn man ihnen sagt, sie hätten ihr Baby vergiftet? Und dass sie froh sein sollten, dass eines überlebt hat? Und nur weil sie in getrennten Fruchtblasen waren, hat eines überlebt. In der 24. Woche starb dann der eine Embryo. Aber ich konnte die Schwangerschaft mit Rebecca fortsetzen. Nach dem Golfkrieg 1991 war auch mir von den Gefahren der Uranmunition noch nichts bekannt. Damals hatten die Alliierten, das weiß man heute, etwa 300 Tonnen dieser Uranmunition verschossen. Besonders bei den schweren Panzergefechten südlich von Basel. Ich wurde im Oktober 1991 eingeladen, mir das Gesundheitswesen nach dem Embargo der UNO anzusehen. Das Gesundheitswesen war völlig zusammengebrochen. Die Kinderkrankenhäuser waren überfüllt mit Infektionen, insbesondere auch mit Kindern an Unterernährung, die dort starben. Ende 1991, in den Jahren 1992, 1993, konnte ich im Irak dann Krankheitsbilder feststellen, die ich 40 Jahre lang im Irak nicht gesehen hatte. Es war eine Häufung von Leukämie, Spaltbildung, Missbildung bei Kindern und anderen Erkrankungen. Ich begann damals, diese neuen, auch für mich ungewöhnlichen Krankheitsbilder bei Kindern und Neugeborenen zu fotografieren und zu dokumentieren. Denn mir war etwas aufgefallen. Ich hatte inzwischen Geschosse gefunden, die mir komisch vorkamen. Als ich dann außerhalb von Basra Kinder mit derartigen Geschossen spielen sah, die als Puppen angemalt waren und eines dieser Kinder an Leukämie gestorben war, wurde ich sehr misstrauisch. Ich befragte damals bei meinen Arbeiten in Basra die Kinder über ihre Spielgewohnheiten und stellte fest, alle von mir untersuchten Kinder, die an Leukämie erkrankt waren, hatten mit gefundener Munition oder in Panzerwracks gespielt. Fast alle Väter von missgebildeten Kindern hatten als Soldaten an der Panzerschlacht südlich von Basra teilgenommen und ich stellte fest, die Missbildungen ihrer Kinder glichen denen der Missgeburten nach der Tschernobyl-Katastrophe. Ende 1991 schrieb ich erste Artikel über meine Untersuchungen. Ich vermutete, dass die Urangeschosse der Alliierten radioaktiv sind und schuld waren an den Erkrankungen der Kinder. Und so erschienen bald erste Berichte von mir in deutschen Zeitungen. Die ersten im neuen Deutschland, denn andere hatten noch nicht den Mut, darüber zu schreiben. Auch Jenny Moore kam ein schrecklicher Verdacht, als sie zum zweiten Mal schwanger wurde und nach einer Fehlgeburt feststellen musste, dass das totgeborene Mädchen keine Augen hatte. Ich habe gelesen, dass in Amerika und anderen Ländern auch Babys ohne Augen geboren worden waren. Seither weiß ich, meine Babys starben am Golfkrieg-Syndrom. Auf einer Tagung traf ich einen alten Kollegen wieder, den Arzt Professor Asaf Durakovich. Im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums hatte er zwölf Jahre lang Soldaten untersucht, die am sogenannten Golfkrieg-Syndrom erkrankt waren. Als er öffentlich die Vermutung äußerte, die Uranmunition sei schuld an ihren Erkrankungen, wurde er vom Pentagon gefeuert. Ich wurde zum Dissidenten, weil ich nicht damit einverstanden war, dass die Regierung der Vereinigten Staaten die Golfkriegsveteranen in Vergessenheit sterben lassen wollte. So habe ich Präsident Clinton einen Brief geschrieben, in dem ich ihm klipp und klar sagte, dass es in den USA eine Verschwörung gegen die Kriegsveteranen gibt, weil man die Erkrankungen, die sie sich im Irak-Krieg geholt hatten, verschweigen wollte. Nach dem Golfkrieg 1991 waren bei Professor Durakovich 30 Soldaten in Behandlung, die an unbekannten Krankheitsbildern litten, die aber deutlich den Krankheiten glichen, die ich bei vielen Kindern und Erwachsenen im Irak auch festgestellt hatte. Aufgrund ihrer Krankengeschichte und dem, was ich von Major Duff Rocky erfahren hatte, vermutete ich, dass sie radioaktiv kontaminiert waren. Aber ich wusste nicht, durch welche Isotope. Von dem Ex-Major Duff Rocky hatte Professor Durakovich erfahren, dass Rocky als Befehlshaber einer Transportanheit im ersten Golfkrieg die Aufgabe hatte, abgeschossene Panzer aus kuwaitischem Gebiet wegzubringen. Danach waren Rocky und fast alle seine Männer schwer an dem sogenannten Golfkrieg-Syndrom erkrankt. Deshalb sandte ich ihre Urinproben zum radiochemischen Labor nach Aberdeen. Das ist zwischen Washington und Wilmington. Die Proben wurden mit der Regierungspost verschickt, aber sie kamen nie an. Deshalb ging Durakovich damals zu den Direktoren seines Krankenhauses, um sie zur Rede zu stellen. Sie sagten, ich sollte diese Dinge nicht tun, weil sie nur ein kleines Krankenhaus seien und keine Forschungsarbeit machen könnten. Ich sollte meine tägliche Arbeit machen und keine Uranforschung. Und ich bekam Anrufe von höchsten Militärs in Washington, meine Arbeit einzustellen. Und ich fragte, warum? Das ist doch im Interesse der USA, weil ich so den Veteranen helfe. Und niemand sollte das verhindern, bis ich herausgefunden habe, was mit ihnen los ist. Verständlich, dass Professor Durakovich endlich Klarheit haben wollte. Deshalb schickte er die Urinproben der Soldaten zur Analyse in einem Massenspektrometer. Und als sie positiv zurückkamen, waren diejenigen, die versucht hatten, meine Arbeit zu verhindern, ziemlich konsterniert. Sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, weil ich jetzt positive Ergebnisse hatte. Und die Regierung hatte bisher immer geleugnet, abgereichertes Uran verwendet zu haben. Professor Durakovich setzte unbeirrt seine Arbeit fort und gründete 1995 das unabhängige Uranium Medical Research Center. Von den 30 Patienten hatten 20 hohe Konzentrationen von abgereichertem Uran im Körper. Es gab keine Diskussion mehr darüber, denn die Massenspektroskopie liefert exakte Werte und klare Beweise. Das war das Ende der Geschichte. Abgereichertes Uran war der Grund für die Kontamination der Veteranen aus dem Golfkrieg von 1991. Nun behauptete die kanadische und die US-Regierung, dass die Untersuchungen an den Golfkriegsveteranen, die Professor Durakovich durchgeführt hatte, von falschen Voraussetzungen ausgegangen waren. Deshalb gab die kanadische Regierung eine Gegenstudienauftrag. 200 Golfkriegsteilnehmer wurden erneut untersucht. Das Ergebnis? Bei keinem einzigen Soldaten wurde abgereichertes Uran im Ruin festgestellt. Wir analysierten ihre Ergebnisse und fanden heraus, die Auswahl der Patienten kam aus der gesündesten Gruppierung. Zweitens, die Untersuchungsmethoden waren so angelegt, nichts zu finden. Und drittens, und das ist das Wichtigste, sie untersuchten die falschen Organe und Gewebe. Zum Beispiel untersuchten sie die Haare auf Uran. Und ich fragte sie in der wissenschaftlichen Diskussion, warum sie Uran mit Quecksilber verwechselten. Denn Quecksilber geht in die Haare, aber Uran nicht. Uran hat absolut keinen biologischen Zugangsweg zu den Haaren. Sie vergeudeten fast eine Million kanadische Dollar für diese völlig nutzlose Studie, die der kanadische Bürger bezahlen musste. Es war eine idiotische Arbeit. Erstens, das waren keine richtigen Wissenschaftler. Zweitens, die Interpretationen waren falsch. Drittens, die Auswahl. Und viertens, die Methode. So, das war das Ende unserer Geschichte in Kanada. Ich selbst war 1992 einen anderen Weg gegangen. Ich hatte ein im Irak gefundenes Geschoss im Gepäck eines Diplomaten nach Berlin bringen lassen. Ich wollte endlich wissen, ob die Geschosse, wie ich es vermutete, radioaktiv sind. Und dann habe ich es untersuchen lassen, und zwar an drei Universitäten. Zunächst an der Humboldt-Universität. Die sagten, das ist hochtoxinisch und radioaktiv. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Gehen Sie zur Technischen Universität. Die Technische Universität verhielt sich genauso. Sie sagten, wir wollen mit dem Zeug nichts zu tun haben. Gehen Sie zur Freien Universität, zum Radiologischen Institut. Und als ich dann dort ankam, sagten sie, heute ist Freitag, wir wollen das Zeug nicht. Kommen Sie am Montag wieder. Ich musste dann wieder durch quer Berlin fahren, bis nach Hause. Und dann am Montag wieder quer durch Berlin mit dem Geschoss. Und dort waren dann schon 16 Polizisten, die mich praktisch verhaften wollten, weil sie schon informiert waren über die Radioaktivität des Geschosses. Dann kam ein Spezialkommando der Polizei mit Schutzkleidung, mit besonderen Behältern. Sie sagten, ja, das ist hochtoxinisch, radioaktiv. Wir müssen das beschlagnahmen. Und sie sind dann mit besonderen Behältern weggefahren. Wir haben im Jahre 1992 dieses Teil von der ermittelnden Polizei in die kleine Sammenschelle gekriegt. Ziel war es, dass wir dieses sicherstellen, solange die Ermittlungen gegen den Verursacher dieses Abfalls ermittelt worden sind. Wir haben als Gutachter herausgefunden, es ist Uran, und zwar abgereichertes Uran. Uran ist ein Schwermetall. Die Aufnahme in den Körper, die Wirkung im Körper ist schädlich in jedem Falle. Das Ergebnis der Ermittlungen war, dass mich, das Amtsgericht Berlin, wegen Freisetzung ionisierender Strahlung verurteilte. In der Begründung hieß es, durch falschen Umgang mit dem Geschossprojektil entsteht die Gefahr der Kontamination und Inkooperation radioaktivem Materials, was zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann. Deshalb wurde ich zur Zahlung von 3000 Mark Strafe verurteilt. Das habe ich abgelehnt, und daraufhin bin ich inhaftiert worden. Ich musste fünf Wochen ins Gefängnis, aber damit hatte ich jetzt den Beweis, dass meine Vermutungen, dass diese Geschosse radioaktiv sind, stimmen. Damit war aber auch bestätigt, dass meine Diagnose, dass die Geschosse alles verursachen können, richtig war. Erstens mal ein Zusammenbruch des Immunsystems mit ansteigenden Infektionskrankheiten, insbesondere auch Virusinfektionen, dann Krebsbildungen und Leukämie, Funktionsstörungen bei Nieren und Leber, dann vor allen Dingen auch Erkrankungen genetischer Art mit Missbildungen bei Neugeborenen, und dann Frühgeburten und Fehlgeburten, ähnlich wie nach dem Unfall in Tschernobyl. Amerikaner und Briten lehnen bis heute jede Verantwortung ab. Es gebe keine Beweise dafür, dass die Uranmunition das Golfkriegssyndrom auslöse, an dem bisher über 150.000 Kriegsveteranen erkrankt sind. Auf Konferenzen wie dieser in Hamburg diskutiert Professor Günther mit anderen Wissenschaftlern. Hier wurde zum Beispiel bekannt, dass die Kinder von amerikanischen Golfkriegsveteranen dreimal so häufig missgebildet zur Welt kommen wie andere Kinder. Auch deshalb kämpft Professor Günther dafür, dass die Uranmunition geächtet wird. Ich bin Mediziner und kein besonders politischer Mensch. Mich interessieren Menschen mehr als politisches Poker. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist bei mir erheblich größer als die vor Ämtern oder Institutionen. Ich komme mit dem Vorwort gut zurecht. In meiner Naivität und Unbedarftheit wäre ich für die eine Seite ein nützlicher Idiot, und für die andere Seite ein störrischer Quälgeist. Ich bin Arzt, mehr nicht. Urangeschossen? Urangeschosse? Langgeschosse? Gott vergib uns. Den Irak befreien? Das sind unsere Kinder. Und das ist die britische und die amerikanische Bösartigkeit. Wir müssen endlich aufhören zu sagen, du bist böse und ich bin gut. Diese Menschen haben versteinerte Herzen. George Bush und Tony Blair wollen Christen sein? Würde Jesus Christus ein Baby bombardieren? Wir müssen das stoppen, verdammt. Hier in London habe ich nicht nur den tapferen, wetteren Brian Hoare getroffen, sondern auch vor Abgeordneten des Unterhauses gesprochen. Und dabei Veteraninnen und Veteranen des Golfkrieges kennengelernt, die sehr unter den Folgen der Nebenwirkung der Uranmunition litten. Und dabei auch erfahren, dass viele ins Unterhaus gegangen sind, um ihre Kinder vorzustellen, die missgebildet waren und haben dabei ihre Kriegsauszeichnungen zurückgegeben. Der neunjährige Kenneth Duncan ist Sohn eines solchen britischen Golfkriegs-Veteranen. Auf den ersten Blick sind seine Missbildungen nicht sichtbar, aber seine Fußzehen sind zusammengewachsen, seine Ohren gespalten, sein Immunsystem stark geschädigt. Er wird schnell müde und hat oft quälende Kopfschmerzen. Sein Vater, Kenneth Duncan, war im Golfkrieg 1991 direkt hinter der Linie der kämpfenden Truppen und reparierte getroffene Panzer. Wir sind da rumgeklettert, haben darin gearbeitet und wir trugen keine Schutzanzüge. Wir haben den Staub eingeatmet, waren über Monate hohen Konzentrationen des Giftstoffes ausgesetzt. Als Kenneth Duncan heiratete und in den Krieg zog, war er kerngesund. Jetzt hat er das eingeatmete Uran im Körper und ist seitdem krank. Die letzten fünf, sechs Jahre waren die schlimmsten. Er hat jede Nacht Muskelkrämpfe. Er hat Zuckungen und Anfälle und ist deswegen in Behandlung. Es ist immer etwas. Er spuckt Blut. Und wir wissen nicht, woher es kommt. Der Staub im Irak ist viel gefährlicher als der Staub an diesem friedlichen Bayerischen See. Direkt nach dem Ersten Golfkrieg haben einige Wissenschaftler versucht, die Erkrankungen der Golfkriegsveteranen zu beschreiben. Eine der ersten Theorien war, dass es vom Einatmen des Wüstenstaubs kommt. Und man nannte es Al-Askan-Krankheit. Wenn das Einatmen des Wüstenstaubs der Grund wäre, müsste es jeder in der Wüste bekommen. Das ist es nicht. Es ist das Einatmen von radioaktivem Wüstenstaub. Und deshalb habe ich es Todesstaub genannt. Deadly Desert Dust. Sie fragen mich, was jetzt mit der Zivilbevölkerung im Irak passiert. Glauben Sie, irgendjemand kümmert sich um Sie, wenn sich schon niemand für das Schicksal der eigenen Soldaten interessiert? Man müsste Milliarden von Dollars investieren. Basra zu säubern würde allein 200 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Und nur die Brücken über den Euphrat zu dekontaminieren, würde Milliarden kosten. Was für die Erkrankungen der Veteranen der USA, Kanadas und Großbritanniens gilt, muss man um das Tausendfache erhöhen, was die irakische Bevölkerung betrifft. Und es wurde von diesen Regierungen alles unternommen, diese Informationen zu unterdrücken. Ein einziges Alpha-Teilchen kann in der Zellstruktur irreparable Schäden hervorrufen, mit allen furchtbaren Folgen. Das ist Grundlage der Nuklearmedizin und Biologie. Das braucht man nicht zu diskutieren. Jedes Kind weiß am Ende der höheren Schulausbildung Bescheid über die Auswirkungen der Alpha- und Beta-Strahlung. Und so sage ich zu allen, die diese Auswirkungen der Uranmunition auch immer leugnen, sie sollen doch bitte noch einmal in die Schule gehen und die Grundlagenbücher der Physik und Nuklearstrahlung studieren. Auf den gefährlichen Uranstaub und auf die krankhaften Veränderungen der niedrigen Alpha-Strahlung im Lungengewebe und im Blut habe ich immer wieder hingewiesen. Und ich habe immer wieder betont, dass die Nebenwirkungen doch erheblich sind, der Niedrigstrahlung. Man hat es unterschätzt und habe natürlich viele Beispiele gegeben, auch von kanadischen und amerikanischen Wissenschaftlern, die dergleichen an sich sind, dass man die Niedrigstrahlung bisher unterschätzt hat. Und ich habe immer wieder angeregt, ein Institut zu gründen, um sich mit dieser Niedrigstrahlung zu beschäftigen. Es war Professor Albrecht Schott, der die Gene von britischen Golfkriegsveteranen untersuchen ließ. Im Blut von Kenny Duncan fand er auffallend viele genetische Veränderungen, und zwar von einer Art, die typisch für Radioaktivität ist und die nicht von anderen Ursachen herrühren kann. Kenny Duncan war ein kraftstrotzender, gesunder Mann. Seine Chromosomen sahen so aus, wie Sie es hier im Bild sehen. Dann kam die Strahlung, das kam zu Chromosomenbrüchen. Je höher die Rate an Chromosomenbrüchen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Krebs. Diese hohen Zahl von Chromosomenbrüchen kann man in der Familie Mandy und Kenny Duncan sehen. Sie haben drei Kinder, und alle drei Kinder sind genetisch schwer geschädigt. Das Uran ist bei der Verbrennung zu so kleinen Partikeln verbrannt, dass es überall im Körper hingelangt. Nicht nur zu den Lymphozyten, auch zur Leber, auch zum Sperma und zu den Eizellen. Deshalb sind die Kinder von Kenny Duncan genetisch krank. Diese Kinder haben auch geschädigte Chromosomen, und sie werden natürlich hohe Raten genetisch geschädigter Kinder hervorbringen. Und deren Kindeskinder wieder. Wenn unsere Regierung glaubt, dieses Problem wäre beendet, wenn alle 52.000 Veteranen tot sind, dann wird sie einen großen Schock erleben. Denn alle 52.000 werden Familien und Kinder haben. Und die werden es alle weitergeben, wie bei einer Epidemie. Es könnte damit enden, dass wir das halbe Land mit dem infizieren, was wir uns da geholt haben. Ein britisches Gericht bestätigte Kenny Duncan schon 2004, dass seine Erkrankung von Uranmunition verursacht wurde. Damit ist er weltweit der erste Golfkriegsveteran, dessen Erkrankung durch Depleted Uranium amtlich anerkannt wurde. Wusste er damals etwas von der Gefahr? Nein, zum ersten Mal hörten wir, dass Depleted Uranium gefährlich sei, als wir die Panzer zurück nach Kuwait brachten, zum Hafen von El Jabil. Als wir dort ankamen, trugen alle Schutzkleidung. Und wir fragten, warum? Es ist doch alles vorüber. Und sie antworteten, die Geschosse sind radioaktiv deshalb. Und wir waren monatelang auf den Panzern herumgeklettert und hatten keine Ahnung von der Gefahr. Aber später haben wir herausgefunden, dass es eine Anordnung des britischen Oberkommandos gab, die besagt, dass Depleted Uranium als gefährlich einzustufen ist. Auch die amerikanische Armeeführung wusste frühzeitig von den Gefahren der Uranmunition. Das beweist dieses Trainingsvideo, das die Soldaten vor dem Einatmen von Uranstaub warnt. Es entstand nach einem Handbuch, das es schon vor dem Golfkrieg 91 gab, das aber nicht verteilt wurde. Die Soldaten könnten gefährlichen Uranstaub inhalieren, heißt es in dem Video, wenn sie keine Schutzkleidung tragen, besonders wichtig, seien Atemmasken. Findet ein Soldat lose Munitionsreste, so soll er sie nur sichern und die Bergung einem Spezialteam überlassen. Die Gefahren sind den Militärs seit über einem Jahrzehnt bekannt. Aber auf die Uranwaffen will man wegen des enormen militärischen Vorteils nicht verzichten. Deshalb versucht das US-Militär Kritiker mundtot zu machen. Sie sagten zu mir, ich würde meine Karriere riskieren. Und ich erhielt telefonische Warnungen von überall her. Als ich Washington antwortete, dass ich meine Arbeit fortsetzen würde, erhielt ich auch Anrufe von Armeekollegen. Und die bieten mich eindringlich, bitte, Asaf, hör mit dieser Sache auf, denn das ist nicht gut für dich oder für irgendjemanden. Professor Durakovic erhielt später von Freunden den sehr ernstzunehmenden Hinweis, dass sein Leben bedroht sei. Seitdem lebt er an einem unbekannten Ort in Kanada. Aber auch Professor Günther passierte etwas Merkwürdiges. Ich lief hier auf der Straße, weil das hier verschmutzt war. Ich lief auf der Straße. Da sah ich dann, dass da ein Auto stand. Und wie der mich sah, fuhr er ganz schnell auf mich zu, streifte mich und ich flog hier in den Graben rein und war dadurch schwer verletzt. Ich kam dann ins Krankenhaus, war lange Zeit in Behandlung. Und nachdem ich dann entlassen war, habe ich eine Strafanzeige gestellt bei der Polizei. Die sagten, ja, können Sie sich erinnern, welche Nummer das Auto hatte? Nein, na ja, da müssen wir es gegen unbekannt machen. Und später wurde das Verfahren eingestellt. Wer aber könnte ein Interesse haben, ihn umzubringen? Ich habe mir auch diese Frage gestellt. Natürlich ist man mir in der Bundesrepublik Deutschland besonders böse darüber, dass ich herausbekommen habe, dass diese Urangeschosse eine deutsche Technologie ist. Sie ist in Deutschland entwickelt worden. Sie ist in Deutschland entwickelt worden. Ich wurde 1925 in Halle an der Saale geboren. Das sind meine Eltern, mein Vater und meine Mutter, auf die ich sehr stolz bin. Da meine Mutter aus einer polnisch-jüdischen Familie stammte, war der Konflikt mit den Nazis vorprogrammiert. Nach dem Abitur meldete ich mich freiwillig zur Wehrmacht, schloss mich aber später dem Widerstand gegen Hitler an. Meine Verhaftung nach dem 20. Juli 1944 überlebte ich wie durch ein Wunder. Mein Studium und meinen Doktor machte ich nach dem Krieg mit Auszeichnung und wurde mit 31 Jahren einer der jüngsten Professoren der DDR. Ich erhielt früh einen Ruf an die Universität von Kairo. 1963, inzwischen war ich Professor. In Damaskus folgte ich einer Einladung Albert Schweizers nach Lambarene. Ich war sehr glücklich in Lambarene und Albert Schweizer hat mir auch mein Leben geprägt durch seine Einstellung gegen die Atomwaffenversuche. Nach Lambarene folgte ich einem Ruf nach Bagdad und arbeitete danach fast 40 Jahre im Nahen Osten. Wenn ich in Bagdad bin, besuche ich die Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ruder Halbmord. Immer werde ich dort freundlich empfangen und diesmal berichtet man mir von der katastrophalen Gesundheitslage im heutigen Irak. Vielen Dank. Hier, wo es eine Panzerschlacht gab, wo man aber die Panzer schon abtransportiert hat, haben wir eine Strahlung gemessen, die 100 bis 150 Mal höher ist als normal. Das ist der bisher höchste gemessene Wert. Dieser Wert ist eindeutig zu hoch für Menschen und ein Aufenthalt hier müsste verboten werden. Vorsichtig nimmt Ted Wayman einige Bodenproben. Dass er tatsächlich einen extrem hoch kontaminierten Ort entdeckt hat, nur wenige Meter entfernt von einem Rastplatz, beweist auch die Auswertung der Proben am Mineralogischen Institut der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Dort untersucht Dr. Axel Gerdes seit einigen Monaten Ted Waymans Proben mit einem sogenannten Massenspektrometer. Nur wenige Institute haben dieses hochempfindliche Gerät. Zum Beispiel vom Bagdad Gate, da gab es sogenannte Hotspots, die da angesprochen wurden, wo wir halt dann Untersuchungen auch dran gemacht haben. Und da haben wir halt sozusagen reines, verarmtes oder abgereichertes Uran gefunden in diesen Bodenproben. Die Konzentration von denen war so hoch, dass wir das sogenannte natürliche Uran da gar nicht feststellen konnten. Und wenn man das jetzt auf die Staubfraktion bezieht, also da ist es ja so, dass das Uran, das abgereicherte Uran vornehmlich eben in der Staubfraktion ist. Und wenn man jetzt nur diese analysiert, dann kommt man hier auf Prozentbereiche von 50 bis 60 Prozent, die das abgereicherte Uran dort ausmacht. Das heißt einfach, das Potenzial, dass Leute das einatmen, auch alle, das ist natürlich höher. Das ist natürlich dann auch noch alarmierend, dass eben nicht nur an der unmittelbaren Kriegsschaupunkt, sondern auch in Gebieten weiter weg davon, das Potenzial besteht, das einzuatmen. Das ist natürlich erstmal in der Natur drin und das bleibt da auch. Das heißt, diese Gefahr, das einzuatmen, besteht weiter für 10, für 20, für 30, für 100 Jahre. Schon bei dem Vorgespräch erfahre ich, was mich erwartet. Stark erhöhte Zahlen von Missgeburten, besonders viele Babys mit Wasserköpfen und viele bisher unbekannte Deformierungen und Geschwülste. Die irakischen Ärzte erzählen mir, dass seit dem Golfkrieg 1991 die Zahl bösartiger Krebserkrankungen um das Achtfache gestiegen ist. Die irakischen Ärzte Wir haben hohe Uranwerte aus hochexplosiven Waffen gefunden, die hier eingesetzt wurden. Eine einzige Bombe ist durch sechs Stockwerke aus Stahlbeton gegangen, dann etwa zwölf Meter in den Keller und dann nach oben explodiert. Die Frage ist, was kann eine Bombe durch den Stahlbeton treiben bis in den Keller, ohne dass sie vorher explodiert, diese vielen Stockwerke hindurch? Ich nehme hier eine Probe, denn ich habe hier einen hohen Wert gemessen. Eigentlich sollte Ted Wayman zu seinem Schutz eine Atemmaske tragen. Er verzichtet aber darauf, um bei den amerikanischen Militärs keinen Verdacht über seine Tätigkeit aufkommen zu lassen, denn schon das Fotografieren solcher Gebäude ist verboten und besonders Untersuchungen, wie sie die beiden Wissenschaftler hier durchführen. In der Nähe des Fernsehzentrums sammeln Ted Wayman und Dr. Scheikli Urinproben von Anwohnern. Im Urin dieser Menschen fanden sie später bis zu 400 Prozent erhöhte Werte von abgereichertem Uran. Hier bombardierten am Sieg des Fernsehzentrums die Flüchtlinge in der Nähe des Fernsehzentrums und am 7. April 2003 alliierte Kampfflugzeuge ein angebliches Restaurant. Vor drei Tagen lag hier noch alles voller Bombentremmer. Als wir die Leute wegen der Kontamination warnten, holten sie diese Männer, um das wegzuräumen. Sie erinnern sich an das Restaurant, wo man Saddam vermutete und wo man vier 2.000 Pfund Bomben platzierte. Die Militärs haben mit zwölf Lkw die Trümmer weggeschafft, angeblich um darin die DNA Saddams zu finden. Ich glaube das nicht. Ich denke, sie brachten das alles weg, weil das Uranbomben waren. Sie wollten ihn ja töten und nicht nur betreuen. Und dieser Ort war sicher stark kontaminiert. So haben sie ihn gesäubert und das Zeug aus der Stadt geschafft. Und die Jungs, die das gemacht haben, sind einige der Soldaten, die eine mysteriöse Krankheit bekamen. Und mindestens einer starb an Lungen- und Atemversagen. Das genau passierte auch Veteranen im Balkankrieg. Insgesamt starben bei diesem Angriff zwölf Menschen. Nachbarn fanden das Bein einer 15-Jährigen auf ihrem Balkon und den Kopf der Großmutter auf dem Dach. Ein Restaurant gab es hier nie. Aber auch Dr. Scheikli und Ted Weyman sind zu Schaden gekommen. Sie haben sich mit eingeatmetem Uranstaub kontaminiert. Und bei dem Ted Weyman ist auch eine deutlich höhere Konzentration nachzuweisen, wie eben der Mr. Scheikli. Sie haben beide nur zwei Wochen dort verbracht. Da besteht natürlich Gefahr, dass für die Leute, die da leben, eben ein viel größeres Potenzial besteht, dass die sich auch kontaminieren über die nächsten Jahre. Anfänglich hatte ich natürlich keine Erfahrungen über die Nebenwirkung der Uranmunition und habe mir selbst schwere Gesundheitsschäden zugezogen. Inzwischen hatte ich drei Operationen und stehe jetzt unter Medikamenten. Für seine Arbeiten zur Wahrung der Menschenrechte ist Professor Günther immer wieder ausgezeichnet worden. Hier zum Beispiel Albert Schwarz, der Preis für Medizin. Dann viele französische Auszeichnungen. Eine hohe polnische, die höchste polnische Auszeichnung. Und dann habe ich hier Auszeichnungen eigentlich aus aller Welt. Hier, ich bin ja auch Night of Malta. Hier habe ich österreichische Auszeichnungen. Dann habe ich Auszeichnungen aller möglichen bekommen von verschiedenen Universitäten. Hier habe ich verschiedene Auszeichnungen. Besonders hohe Auszeichnungen. Medicus Magnus, die ich hier gekriegt habe. Und hier sind Auszeichnungen aus Polen. Internationale Auszeichnungen von Butroskali hier. Und ich bin Ehrenbürger des Staates Alabama und Oklahoma. Und habe sogar einen Titel gekriegt vom Kolonel. Alles ist unterschrieben von Gouverneur. Wieder setzten Amerikaner und Briten Urangeschosse ein. Leugneten es auch nicht, sagten aber diesmal, sie seien ungefährlich. Aus Hadjichi kamen damals die ersten Menschen mit sehr aggressiven Krebserkrankungen nach Sarajevo. Nachweisbar haben wir herausgefunden, dass die Anzahl der Leukämie-Erkrankungen in der Bevölkerung dieser Region jetzt viel grösser ist als vor dem Krieg. Die Anzahl bestimmter Bluterkrankungen ist fünf bis sechs Mal höher als vor den Kriegsereignissen in diesem Gebiet. Die Serben ahnten, dass die Bevölkerung von Hadjichi nach der Bombardierung einer gefährlichen Kontamination ausgesetzt sein könnte. Und siedelten 3500 Bürger in das serbische Gebiet Bosniens nach Bratunac um. Aber es war zu spät, denn viele Menschen waren bereits verseucht. Wir wohnten im Zentrum von Hadjichi. In der Nähe gab es eine Reparaturwerkstatt der serbischen Armee. Die Gegend wurde am häufigsten bombardiert. Und auch das Zentrum wurde bombardiert. Was wussten wir einfachen Leute denn, worum es ging? Dass hier aber etwas nicht stimmte, hat uns ein Fall bewiesen. Ein kleines Mädchen hat in einem Bombenkrater gespielt und anschließend fielen ihr alle Fingernägel ab. Sie wurde ins Militärkrankenhaus nach Belgrad gebracht, zu weiteren Untersuchungen. Aber offensichtlich war etwas in der Kratererde, was das verursacht hat. Das ist alles so schrecklich. Wir fehlen die Worte. Diese Menschen sind alle ein bis zwei Jahre nach der Bombardierung von Hadjichi gestorben. Das ist furchtbar. Man könnte auf die Grabsteine schreiben, gestorben an abgereicherten Uran. Wir sind sicher, dass die Ursache der vermehrten Krebserkrankungen das abgereicherte Uran ist. Diese Erkrankungen kommen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor. Ein charakteristischer Fall geschah 1995. Zwei Personen, ein vier Jahre altes Kind und ein 24-jähriger junger Mann standen nebeneinander, als in unmittelbarer Nähe bombardiert wurde. Beide sind innerhalb von anderthalb Jahren an Leukämie erkrankt und gestorben. Von den 3500 Umgesiedelten aus Hadjichi starben in den nächsten fünf Jahren 1112 an Krebserkrankungen. Fast ein Drittel aller Vertriebenen. Hier in Belgrad hält sich hartnettig das Gerücht, dass diese bombardierten Gebäude in der Innenstadt auch durch Uranmunition zerstört wurden. Untersuchungen von Experten haben allerdings ergeben, dass sie keine Radioaktivität festgestellt haben. Wenn sie sich getäuscht haben, wäre das furchtbar. Dr. Kovacevic, haben Sie nach den Bombardierungen ein Anstieg böserartiger Erkrankungen festgestellt? Neben unseren großen speziellen Einrichtungen, die sich alle mit den verschiedenen Aspekten dieser Thematik befassen, erhalten wir jedes Jahr von der serbischen Regierung sogenannte jährliche Statistiken. Momentan beschäftigen wir uns sehr mit dem Uran-238 und wie stark dieses Uran auf uns einwirkt. Die serbische Industrie ist in den letzten zehn Jahren durch den Krieg, durch Sanktionen und durch alles Mögliche völlig ausgelöscht worden, so dass keine Emission gefährlicher Chemikalien durch die Industrie in unser Ökosystem möglich war. Aber die Belastungen, die uns physisch betrachtet seit Tschernobyl betreffen, haben sich in der Natur durch das Uran-238 der Uranwaffen deutlich verstärkt, so dass es hier jetzt eine zusätzliche große Belastung gibt. Deshalb beobachten wir die Risikogruppen Kinder und alte Menschen sehr genau. In den letzten fünf Jahren sind die Todesfälle von bösartigen Krebserkrankungen drastisch auf neun Prozent gestiegen. Unsere Prognosen sagen, dass diese Zahl in den kommenden zehn Jahren auf 20 Prozent steigen wird. Das ist das eine größte Zahl in der Menschen. Wir geben dir ein paar Schleifte für die Hand und die Maske. Und dann wird dir das Schleifte. Hier ist die Schleifte. Okay. 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 Wir waren überzeugt, dass man die Uran-Munition hier nicht anwenden würde. Wir haben gedacht, dass es nur ein kleiner Krieg wird. Heute sehe ich, dass es ein gut vorbereiteter Krieg war. Dreckig und heimtückisch. Und dass wir nur Spielfiguren waren, an denen man alles ausprobieren konnte. Oder man wollte etwas loswerden, wovon man zu viel hatte. Mein Verdacht, dass Munition mit abgereichertem Uran verwendet worden war, wurde sehr schnell bestätigt, nachdem die ersten nicht identifizierten Teile in mein Büro gebracht wurden. Manche Geschosse waren nicht explodiert, möglicherweise waren es einige Serien, die nicht getroffen hatten. Diese Geschosse lagen verstreut neben zerstörten Objekten auf dem Beton, auf dem die Fahrzeuge standen. Nach der Bombardierung, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, habe ich ein ganz eigenartiges Gefühl empfunden. Ein Gefühl von Wärme, die unnatürlich war. Die nicht bedeckten Teile der Haut fangen an, die Farbe zu wechseln und entzünden sich. Man hat das Gefühl, einer diffusen Wärmequelle ausgesetzt zu sein. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Es ist unnatürlich, anders. Es ist nicht leicht, dieses Gefühl zu beschreiben. Sehen Sie das Geschoss? Haben Sie solche hier auch gefunden? Ja, die sind in unserem Gebiet viel eingesetzt worden. Und hier oben war der Urankern. Mein erster Gedanke war damals, dass ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen sollte. Und weil dieses Gelände kontaminiert ist, haben es die Militärs entsprechend gekennzeichnet. Novy Pazar in Serbien. Die mehrheitlich muslimische Stadt liegt direkt an der Grenze zum Kosovo. Die Taktik der Serben, ihre Panzer in Wohngebieten zu verstecken, führte dazu, dass die wenigsten Urangeschosse ihr Ziel treffen. Als die NATO 1999 im Kosovo interveniert, werden nach Schätzung der Serben 30 Tonnen Uranmunition eingesetzt. In der Nacht auf den 25. April greifen NATO-Flugzeuge die serbische Garnison von Novy Pazar an. Aber sie treffen auch Wohnhäuser und Bauernhöfe. Dass hier 13 unschuldige Menschen gestorben sind, interessiert keiner. Das ist natürlich das Schlimmste. Alle, die gestorben sind, waren ganz normale Zivilisten, die eigentlich mit Krieg und Politik nichts zu tun haben. Und das ist der sogenannte kollaterale Schaden, die eigentlich die NATO-Führung immer erklärt. Ismail Mumcic hat erfahren müssen, dass sich die Geschichte der hohen Krebsraten in Bosnien jetzt im Kosovo wiederholt. Seine Schwester Fikreta leidet seit der Bombardierung an einer aggressiven Leukämie. Bei dieser Bombardierung konnte man sich nicht verstecken. Einmal stand ich am Fenster und ich weiß, dass diese Bombardierung meinen Körper zerstört hat. So bekam ich Leukämie. Es ist nichts, was schon lange in meinem Körper war. Ich habe ein Kind und möchte seine Mutter für ein ganzes Leben bleiben. Das ist mein Kampf. Für den Jungen. Nicht für mich oder die Familie. Das ist mein letzter Wunsch. Das ist mein letzter Wunsch. Wir haben eine Aktion angefangen, um Geld zu sammeln, weil sie Leukämie krank ist. Und das ist auf dem Bild sie mit ihrem Sohn. Der heißt Mirza und da steht, dass Mirza gerne mit ihrer Mutter wachsen wird. Und dass die Leute, die in diesem Staat leben, mit ihren Spenden, ihrer Therapie- bzw. Knochenmarrt-Rotation ermöglichen, durch Spenden. Und das sind die Kontonummern von der Bank, wo sie Leute Geld sammeln bzw. spenden können. Und das ist die Kontonummern von der Bank. Meine Schwester Fikreta hat es leider nicht geschafft. Nach 13 Monaten Kampf ist sie am 24. Dezember letztes Jahres gestorben. Als einziger Trost bleibt uns ihr vierjähriger Sohn Mirza, der immer nach ihr ruft. Der ist, glaube ich, immer noch nicht klar, dass seine Mutter gestorben ist und sagt ab und zu mal, meine Mutter ist im Himmel und sie kommt wieder. Das ist sehr schwer für uns, ihm zu erklären, dass seine Mutter nie wiederkommen wird. Jetzt weiß ich, was diese Bomben uns angetan haben, diesen Uraniumbomben. Bleibt die Frage, sind bei der NATO-Bombardierung von Novi Pazar Uranbomben eingesetzt worden? Sie sehen ein helles Leuchten, das stärker und stärker wird, etwa vier bis fünf Sekunden andauert und dann verglüht. Und dann sieht man diese weißen Sterne herabfallen und es sieht aus wie ein großes Feuerwerk. Genauso ist das bei einer Uranbombe. Und doch behauptete im Januar 2001 der damalige deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping, Nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis und nach aller medizinischen Erfahrung ist insbesondere bei eingesetzten Soldaten das Strahlenrisiko vernachlässigbar. Erinnern wir uns, einerseits erhält Professor Günther wegen eines einzigen Urangeschosses einen Strafbefehl wegen Freisetzung ionisierender Strahlung. Andererseits behauptet der damalige deutsche Verteidigungsminister, das Risiko der Urangeschosse sei zu vernachlässigen, wenn sie im Krieg wie im Kosovo eingesetzt werden. Serbische Soldaten dagegen tragen Schutzanzüge, als sie die mit Urangeschossen kontaminierten Gebiete markieren und sichern. Die NATO meint bis heute, dass die kontaminierten Gebiete nicht gesäubert werden müssen. Was meinen Sie dazu? Man bedenke, dass abgereichertes Uran ein radioaktives Element ist, das eine Halbwertszeit von viereinhalb Milliarden Jahren hat. Wenn es in den Gebieten bleibt, dann für ewig. Unser Ziel war es, das wegzuräumen, die Gefahren zu begrenzen und zu verhindern, dass abgereichertes Uran zu einer Gefährdung wird. In die Nahrungskette, das Grundwasser gelangt und damit die Bevölkerung, die Tiere und den ganzen Lebensraum bedroht. Dahin im Grab liegt meine Schwägerin. Sie ist ganz plötzlich krank geworden. Die Haare sind ihr ausgefallen. Sie wurde noch nach Belgrad überwiesen und starb nach 14 Tagen. Keiner weiss woran. Sie wurde 1959 geboren und war nie krank gewesen. Jetzt musste sie so jung sterben. Obwohl die UN-Umweltorganisation auch Jahre nach dem Krieg in Bosnien, im Kosovo und Serbien noch immer Überreste von Uran-Staub in Boden, Luft und Grundwasser gefunden hat, meint die NATO weiterhin, dass eine Sanierung der verseuchten Gebiete nicht erforderlich sei. Natürlich haben wir diese Berichte nicht akzeptiert, weil wir der Meinung sind, dass es sich um radioaktive Munition handelt, die vielerlei Erkrankungen bei der Bevölkerung verursachen kann und dass die Gefahr immer bleiben wird. Inzwischen hat die serbische Armee erfolgreich die Sanierung einiger kontaminierter Gebiete abschließen können. Dabei wurde Geschoss für Geschoss der Uran-Munition ausgegraben und der verseuchte Boden auf einer Giftmülldeponie entsorgt. Aber jetzt fehlt das Geld, diese wichtige Arbeit fortzusetzen. Italiener, Spanier und Portugiesen melden bei ihren im Kosovo stationierten Soldaten auffallend viele Leukämie-Fälle. Es ist vom Balkan-Syndrom die Rede, analog zum Golfkriegs-Syndrom. Die deutschen Truppen im Kosovo hätten dagegen keine Gesundheitsprobleme. Der mysteriöse Tod des deutschen Soldaten André Horn spricht allerdings gegen diese Behauptung. André Horn war am Morgen des 31. Januar 2000 in Prissren in das Feldlazarett gegangen. Zwölf Stunden später war er tot. Seit dieser Zeit versucht sein Vater verzweifelt, die wirkliche Todesursache seines Sohnes aufzuklären. Am Anfang wurde erzählt, dass André an einer Schnelllaufenden, Meniokognis, Ersepsis, gestorben ist. Und im Laufe der Jahre habe ich eben festgestellt, dass das nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass die Todesursache, die der Pathologe Dr. Kraft aufgeschrieben hat, dass die den Tatsachen entsprechend tut. Aus den Unterlagen, die ich dann ersehen habe, habe ich einen Erstbefund gefunden von einem Oberstabsarzt, Henning Schulz. Da war von einer Hirnhautentzündung oder einem Meniokokken überhaupt nicht mehr die Rede. Zu diesem Zeitpunkt wird davon gesprochen, dass Herr Horn an einer atypischen Pneumonie erkrankt ist mit inneren Blutungen. Daraufhin habe ich jetzt alleine den Entschluss gefasst, Strafanzeige zu stellen. In dieser Strafanzeige habe ich auch eindringlich gebeten, eine Exhumierung meines Sohnes vorzunehmen, um die endgültige Todesursache und die Krankheit, an die mein Sohn gestorben ist, zu ermitteln. Nachdem ich die Unterlagen von Horn eingesehen habe, habe ich doch den Eindruck bekommen, dass der Sohn an Uranmunition verstorben ist. Und zwar hat er zunächst Uranpartikel aufgenommen, und zwar entweder durch Nahrung oder durch die Luft durch Einatmung, dass sein Immunsystem zusammengebrochen ist danach und dass er dann an Erscheinungen von Infektionen gestorben ist, weil keine Resistenz mehr bestand. Es musste einen Grund geben, warum meinem Anwalt und mir in den fünf Jahren nicht gestattet war, die Originalakten einzusehen. Warum darf meine Familie nicht die wahre Todesursache erfahren? Basra. In beiden Golfkriegen war die Stadt heiß umkämpft. Heute herrscht hier die britische Besatzungsmacht. Eigentlich wollten die Briten kontaminierte Panzer abtransportieren. Doch im Vorort Abu Ghazib, wo im jüngsten Irakkrieg eine Panzerschlacht stattfand, findet Ted Wayman gleich mehrere Panzer, die von Urangeschossen getroffen wurden. An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen, im Vergleich zur natürlichen Strahlung. Das Horangeschoss streifte den Panzer und schlug dann in dieses Gebäude dort ein, eine Eisfabrik. Wir fanden in diesem Schlachtfeld radioaktive Werte, die das 30.000-fache der natürlichen Strahlung hatten. Das sind die höchsten Werte, die Ted Wayman auf dieser Irakkreise gemessen hat. Der Zeiger des Messgerätes schlägt bis zum Anschlag aus und zu dem Dauerton heißt es in der Gebrauchsanleitung, solche Orte seien sofort zu verlassen. Das hier ist ausgelaufenes Schmutzwasser und wir wollen sehen, was das Labor dazu sagt. Da in dem Gebiet von der Eisfabrik sind die Proben, die wir daher haben, sind generell hoch. Und da haben wir auch den Hauptteil des Urans, was sich da im Wasser befindet, 85 Prozent, sind auch dieses abgereicherte Uran. Sechs- oder achtmal so hohe Konzentration Uran, als es jetzt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation erlaubt, überhaupt im Wasser drin zu haben. Das Wasser ist ganz klar kontaminiert und dürfte halt nach Richtlinie her auf jeden Fall nicht mehr benutzt werden als Trinkwasser. Dr. Axel Gerdes untersuchte jetzt auch den Urin von Soldaten, die aus dem jüngsten Irakkrieg zurückkamen. Wir konnten bei ungefähr der Hälfte oder bei 40 Prozent der Proben, konnten wir nachweisen, dass sie ein abgereichtes Uran ausscheiden. Wir konnten nachweisen, dass da eben 30, 40 Prozent kontaminiert sind. Das bezweifelt Dr. Paul Roth vom Institut für Strahlenschutz in Neuherberg bei München. Dieses Institut hatte im Auftrag der deutschen Bundesregierung ähnliche Untersuchungen im Kosovo durchgeführt. Wir haben insgesamt etwa weit über 1000 solche Untersuchungen inzwischen durchgeführt bei all diesen unterschiedlichen Gruppen und konnten bei niemandem bisher die EU im Urin nachweisen. Bisher gibt es nicht einen einzigen Beleg dafür, dass abgereichertes Uran im Urin nachweisbar gewesen wäre. Bei ansässiger Bevölkerung oder bei den ausländischen Hilfskräften. Ja, man hat natürlich bei den Soldaten in Kosovo sozusagen nur geguckt, sind sehr starke Konzentrationen, sehr stark erhöhte Konzentrationen nachzuweisen. Und da hat man gesagt, sind nicht. Da wurde sozusagen nicht geguckt, ist einer ein bisschen kontaminiert oder scheidet er ein bisschen verarmtes Uran aus. Und da ist es halt zu sagen, das ist nicht unbedingt die Herangehensweise zu klären, ob jemand überhaupt kontaminiert wurde. Weil, wie gesagt, wenn es als unlöslich Partikel im Körper ist und nur kleinste Teile davon ausgeschieden werden, dann finde ich natürlich auch nur kleinste Teile im Urin. Und da muss man natürlich mit verfeinerten Methoden und mit verfeinerten Techniken rangehen und auch das obzuklären. Inzwischen ist man im Institut für Strahlenschutz in Neuherberg aufgrund neuer Versuchsreihen nachdenklicher geworden. Wir haben in Laborversuchen untersucht, wie sich solches DU-Material in simulierter Lungenflüssigkeit verhält. Und auch für uns etwas überraschend waren die Ergebnisse, die wir bis jetzt erzielt haben. Ein gewisser Teil dieses Materials, etwa ein Drittel bis zur Hälfte, löst sich sehr rasch auf innerhalb von wenigen Tagen, wird also aus der Lunge entfernt. Der andere Teil, etwa die Hälfte bis zwei Drittel, löst sich entweder nur sehr langsam oder vielleicht auch gar nicht auf. Solange es in der Lunge ist, strahlt es natürlich weiter. Und je länger es in der Lunge ist, generell gesprochen, umso höher ist die resultierende Strahlen-Dosis. Die betroffenen Patienten im Kosovo, in Bosnien und im Irak wissen nur zu gut, was das bedeutet. Eines beunruhigt Dr. Gerdes ganz besonders. Mit seinen hochempfindlichen Geräten fand er in fast allen Urin- und Bodenproben aus dem Irak auch das hochradioaktive Uran-236. Überall da haben wir auch das Uran-236 gefunden. Und da muss man zu sagen, das Uran-236 kommt in der Natur nicht vor. Das ist ein Isotop, was vom Mensch gemacht wurde in Atomkraftwerken. Aus diesem Uran, was aus den Wiederaufbereitungsanlagen auch kommt, gibt es natürlich dann auch Spuren von Plutonium und eventuell noch anderen Akteniden. Aber das sind alles Isotope, die alle natürlich radioaktiv sind und über die Inhalationsprozesse auch viel effektiver auf den Körper, auf die Zellen einwirken können. Uran-236 und Plutonium sind hochgiftig. Plutonium ist der giftigste Stoff überhaupt, eine Million Mal giftiger als abgereichertes Uran. Mit dem Wind werden diese feinen, unsichtbaren Uran- und Plutoniumteilchen bis in benachbarte Regionen und Länder getragen. Dass die hochgefährlichen Uranteilchen aus dem Südirak inzwischen bis in viele hundert Kilometer entfernte Regionen getragen wurden, hat der Arzt Dr. Michael Kreuscher nachgewiesen. Lieber Herr Professor Günther, berichten möchte ich Ihnen über die jüngsten Ergebnisse der Universität Frankfurt, wo wir Urinproben von an Leukämie erkrankten Kindern, Gewebeproben von Rindern und Flugstaubproben aus der Umgebung von Erbil massenspektrometrisch untersuchen ließen. Während des Irakkrieges 2003 begleitete ich eine Hilfslieferung ins nordirakische Kurdistan. Kolleginnen und Kollegen baten mich, mein Augenmerk auf die stetig wachsende Neuerkrankungsrate von Leukämie bei Kindern zu richten. Auffallend war, dass die bei uns als Erwachsenen-Leukämie bekannte Form, die besonders gefährlich ist, bei den Kindern um bis zu das 40-fache erhöht ist. Aus diesem Grund haben wir aus dem großen Trinkwasserspeicher Dukansee aus dem Oberflächenstaub der Erde Proben genommen. Außerdem haben wir den Luftfilter eines Fahrzeuges, was nur wir gefahren haben, in Erbil gewechselt und haben dieses Filter ebenfalls massenspektrometrisch auf Depleted Uranium-Belastung untersuchen lassen. Eine massive DU-Belastung konnte festgestellt werden. Wir konnten uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, wie das möglich sein kann, dass so weit ab der Kampfgebiete eine 3000-fach höhere Konzentration des Uran-236 gemessen wurde. Wir haben dazu einen Meteorologen befragt und wir wurden darauf hingewiesen, dass es gerade während der Sommerzeit sehr starke Süd-Nordwinde gibt, die sogenannten Desert Storms, die den sehr feinen Uranstaub in die nördlichen Regionen tragen und dann zum Beispiel in Erbil durch kleine Windhosen immer wieder in die Atemluft auch verwirbelt und verteilt wird. Die Wissenschaft kann heute durch Verhältnisse der Isotopen genau bestimmen, woher dieses Uran stammt. Ob es aus Tschernobyl, ob es aus der Munition der Amerikaner und Briten stammt oder aus irgendwelchen anderen Gegenden der Welt. Um die Aussage treffen zu können, stammt das, was wir messen, tatsächlich aus der Munition, aus abgereichertem Uran. Haben wir diesen Isotopen-Fingerprint auch in dem Urin von Golfkriegsveteranen herbeigezogen und siehe da, dieser Fingerprint ist identisch mit den Isotopen-Verhältnissen im Urin von an Leukämie erkrankten Kindern. Viele, die die Uranbelastung verharmlosen, argumentieren immer wieder damit, dass das natürlich vorkommende Uran ja noch sehr viel höher ist als das, was wir jetzt als abgereicherten Uranstaub in der Umwelt messen. Der wesentliche Fakt aber für die krankmachende Wirkung des abgereicherten Urans ist der Feinststaub, der entsteht, wenn Geschosse ihr Ziel treffen und in ganz kleine Staubteilchen verteilt werden, die lungengängig sind. Und zwar so klein und lungengängig, dass sie bis in die Luftbläschen aufgenommen werden und dann in den Körper gelangen, wo sie ihre krankmachende Wirkung entfalten. Wir wollten das beweisen, dass dieses Uran tatsächlich auch in den Körper eintritt und haben von zwei Rindern, die ausschließlich im Raum Erbil groß geworden sind, mehrere Gewebeproben genommen und die auf Isotopen von abgereichertem Uran untersuchen lassen. Und siehe da, gerade die Primärorgane, Lunge, Lymphknoten, Herz, Leber und Knochenmark waren hochgradig belastet und wir haben somit den Beweis, durchgeführt, dass abgereichertes Uran in Kleinstpartikeln in den Körper aufgenommen wird und dann zu todbringenden Krankheiten führen kann. Obwohl diese Panzerwracks nachweislich kontaminiert sind, entsorgen die Briten und Amerikaner diese hochradioaktiven Überreste des Krieges nicht. Die geschilderten Gefahren seien nicht bewiesen, heißt es. Doch immer mehr Wissenschaftler folgen Professor Günthers These. Unsere Chromosomenstudie zeigt, dass Professor Günther 1991, 1992 zu Recht einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Uranmunition und schweren Krankheitsbildern vermutet hat und auch, dass die Anwendung von Uranwaffen ein Kriegsverbrechen ist. Was ist zu tun? Es müssen dringend weitere Forschungen unternommen werden. Es muss vor allen Dingen in den Anrainerstaaten, wie Iran, Syrien, Saudi-Arabien, Gleiches untersucht werden, um festzustellen, ob diese Süd-Nordwinde oder vielleicht auch als Südwest- oder Südostwinde von Irak ausgehend den Staub auch in diese Länder getragen haben und damit die Bevölkerung verseucht würde. Auf meiner jüngsten Irakreise musste ich leider feststellen, dass meine schlimmsten Befürchtungen eingetroffen sind. In der Kinderklinik von Basra habe ich von Frau Dr. Jenan Hassan erfahren müssen, dass heute zehnmal mehr Patienten an Krebs leiden als vor dem Krieg 1991 und dass 20mal mehr Babys mit Missbildungen zur Welt kommen. Für die Ärztin steht die Ursache fest, die Uranmunition. Ich erwarte besonders den Anstieg der Krebsraten in Bagdad, denn Großbagdad war schweren Bombardierungen mit Urangeschossen ausgesetzt. Die meisten schweren Missbildungen sind Kinder ohne Kopf, ohne Arme, ohne Nasen und Augen. Das ist ja furchtbar und ein Kriegsverbrechen. Und ich frage mich, ob die alliierten Truppen, die hier Massenvernichtungswaffen finden wollten, durch den Einsatz der Urangeschosse nicht selbst eine Massenvernichtungswaffe zum Einsatz gebracht haben. Vor dem Krieg fragten die Frauen nach der Geburt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Jetzt fragen sie nur, ist es gesund oder missgebildet? Ich habe hier drei Soldatenfrauen, die Kinder mit schwersten Missbildungen zur Welt brachten. Ihre Männer ließen sich scheiben. Und die Väter sind Soldaten. Wir beobachten einen starken Anstieg von Krebs- und Leukämiefällen bei Kindern und sie werden immer jünger. Das hier ist Lymphkotenkrebs. Der hat eine ganz schlechte Prognose. Er wird bald sterben. Er ist ganz schlecht dran. Es sind alles schlechte Prognosen hier. Die Kinder leben alle nicht mehr lange. Es fehlt eben an Therapie hier. Und es ist furchtbar, das zu sehen. Meistens nehmen die Mütter dann ihre Kinder wieder zurück nach Hause, damit sie zu Hause sterben. Auch dieser siebenjährige Junge starb zwei Tage später. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017